Oh my god! Oh my god! Blau. Blau. Okay, ein blaues Dreidings-Talier. Und sonst gibt's irgendwas im Kindergarten, was da innen hat? Ein Baumhaus. Da muss ich dann drauf einen Baum nehmen und dann ein Baumhaus. Ein Baumhaus. Da ist das was. Und das ist das was. Und das ist das was! Vielen Dank.